Weg des Champs wird ein Jahr alt, Leute! Nice! Herzlich willkommen zu diesem Opening, zu diesem Gedenk-Opening an Weg des Champs, dieses Set ist jetzt ein ganzes Jahr alt mittlerweile und ja, Leute, es ist, äh, ja, ein ganzes Jahr alt und deswegen möchten wir hier ein kleines Gedenk-Opening abhalten und zwar haben wir insgesamt eine wunderschöne Zwollauk-Box, die ich heute mit euch aufmachen möchte, eine Cheer-Tester-Box und eine Pass-Back-Box und ich habe absolut keine Ahnung, warum ich das mache, aber ich möchte jetzt einfach mit euch machen, Leute, ich gehe einfach mal rein in die Booster und zeige euch diese wunderschönen Boxen, die haben wir natürlich nicht mehr im Shop, weil, äh, die sind schon relativ lange ausverkauft tatsächlich, wir behalten uns ja immer von ein, zwei Produkten, mal ein paar da, um die halt mal für ein Video dann wieder zu haben und ja, gehen wir mal rein, einfach Weg des Champs, Leute, ich kann mich noch genau daran erinnern, als das rausgekommen ist, es ist ja saugehypt gewesen, muss man sagen, ich muss auch sagen, die Promos sind echt schön, hier machen wir mal und Gengar hier am Start und man muss sagen, rückblickend betrachtet, war es irgendwie schon eine coole Zeit, wir hatten echt coole Openings, wir hatten echt super coole Streams in der Zeit mit, äh, Weg des Champs, also ich kann mich sehr, sehr, sehr gut daran erinnern, wie wir in den Streams teilweise super viel Weg des Champs für euch aufgemacht haben, auch einige Glorax gezogen haben, die VMAX Rainbow und auch die, äh, VMAX, äh, beziehungsweise die V-Shiny. Uh, Pflanzenergie und, uh! Oh mein Gott! Oh way! So, auf jeden Fall. Und? Nicht dein Ernst, oder? Ist es nicht dein Ernst? Und, es war teilweise ne, ne witzige Zeit, man muss natürlich auch sagen, Weg des Champs, ist nicht das krasseste Set, muss man ganz ehrlich dazu sagen, aber ich finde trotzdem, dass wir sehr, sehr viel Spaß damit hatten, ähm, weil es einfach die Glorax drin hat und da wart ihr immer sehr, sehr gehypt drauf und natürlich auch wir auch, wir wollen es natürlich auch ziehen, wir haben es direkt im ersten Hunderter, damals ja, rausgezogen und ich hoffe einfach mal, dass wir es vielleicht jetzt auch ziehen werden, Leute, wenn wir das ziehen werden, dann feuere ich ne Konfetti-Kanone ab, in diesem Video, ja? Vielleicht ziehen wir es ja, mal schauen, vielleicht muss ich dann die ganze Bude putzen, keine Ahnung, aber ja, wie gesagt, Weg des Champs, sehr, sehr verrufend teilweise, muss man natürlich auch einfach dazu sagen, weil, außer dem Glorax, ist halt nicht wie in dem Set, das Gardevoir ist noch sehr, sehr schön, was ich feiere, man hat noch ein paar schöne VMAX und Fullerts, aber das war's, die Pull-Rate ist nicht so ganz krass, muss man sagen, die Produkte waren auch nicht so krass verfügbar, muss man auch dazu sagen und, ähm, ja, wenn man irgendwie nicht das Glorax gezogen hat, dann war irgendwie in dem Set immer so vorbei quasi, oder man war halt mad, dass man es aufgemacht hat und Steel Embrim, aber wie ich das immer so gerne sage, es ist wie so eine Hassliebe, ne? Irgendwie, man, man weiß, es tut nicht gut, oder? Zitat aus einer Trash-TV-Serie, vielleicht kennt das ja irgendeiner, ähm, Weg des Champs ist wie ein Snack, man hat Bock drauf, aber nachher, im Nachhinein bereut man es halt auch einfach, äh, deswegen, sehr nice, wir haben auf jeden Fall mal eine Feuerenergie und vielleicht, oh, Kaokno Fullert, direkt in den ersten Hit, im ersten Booster, sehr, sehr schön, da haben wir auch immer gesagt, das ist der beste Hit in dem Set und, äh, sehr schön, erste Box, direkt in die Fullert, Leute, schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, euren Weg des Champs-Moment, was war euer, mit was verbindet ihr dieses Set? Verbindet ihr es mit, mit Frust? Verbindet ihr es mit, nicen Hits, die ihr vielleicht hattet? Mit einem, mit einem Lucky Glura-Kit, den ihr jetzt zum Beispiel hattet? Würde mich mal sehr, sehr interessieren, also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also wie gesagt, ich verbinde das Set tatsächlich, glaube ich, mehr mit der Zeit, die wir hatten, weil wir hatten, man muss sagen, letzten, letzten Sommer, beziehungsweise dann auch, also die ganze Zeit davor und auch danach, echt geile Freitag-Streams, wo sehr, sehr, sehr viele Leute mit am Start waren und ich muss sagen, die Zeit ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben und ein Zigarre und irgendwie gehört, wie gesagt, Weg des Champs auch mit dazu oder deswegen assoziiere ich das mit Weg des Champs so ein bisschen, muss ich sagen und ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm Leute, zum einjährigen Jubiläum packen wir das mal aus und gucken einfach mal wieder so einen kleinen Throwback. Ich denke mal, das ist auch ganz nice. Aber ja, es ist echt krass, wie schnell die Zeit einfach vergeht, weil wie gesagt, ein Jahr, es ist verrückt, jetzt kommt Celebrations heraus und ja, schauen wir mal, wo die Reise quasi noch hingeht. Volvorock und ob wir dann in zwei Jahren auch nochmal ein Jubiläums-Opening machen Weg des Champs, ich würde es irgendwie fühlen tatsächlich. Also wenn wir in zwei, in zwei Jahren oder in einem Jahr jetzt dann in der Zeit nochmal ein Weg des Champs-Throwback-Video machen, wir machen das einfach immer so in Gedenken an Weg des Champs, jedes Jahr ein Weg des Champs-Opening zum Geburtstag von dem Set quasi. Aber das wäre schon irgendwie witzig. So, wir haben Thermopod, ein Hornio, gucken wir mal, Bettis und ein Macho Mai. Das heißt, die erste Box hat tatsächlich leider, in Anführungszeichen, nur das Kaokto gezogen. Bei Weg des Champs war es ja wie gesagt so, dass man in jeder Box, in jedem Booster eine Holo auf jeden Fall mal drinne hatte. Also die Holo war im Booster auf jeden Fall garantiert. Alles andere war nicht garantiert und wie gesagt, die Pull-Rate war echt random. Wir hatten teilweise, wie gesagt, diese Fünfer Churchester und Pass-Back-Boxen, die halt einfach irgendwie vier Hits drinne hatten und dann teilweise auch mal drei Boxen am Stück, wo einfach nichts drinne war und das hat das Set auch nochmal so ein bisschen zusätzlich frustrierend gemacht, muss man einfach sagen. Galabari, Katax, ach da Leute, erinnert ihr euch noch an die ganzen Holos? Erinnert ihr euch noch an die ganzen Holos? Ach, herrlich. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich fühle das Video gerade irgendwie so ein bisschen, ich feiere das. Es war halt einfach, Weg des Champs ist halt einfach ein lebendes Meme, muss man halt einfach so sagen. So, aber wenn wir jetzt hier noch einen Glura rausziehen können, wäre es halt einfach genial. So, die verdächtige Konserve, ja man, die gibt es ja auch noch. Die Konserve, Alter, in Secret Rare. Da war die Golddose. Uff, Zurokex, ein Retter, Samstag, Kokuna, Ness und Jo, Galagorgason Full Art. Wir ziehen gar nicht mal so schlecht, Leute, wir ziehen gerade gar nicht mal so schlecht. Eine Full Art. Quälende Aura, passt glaube ich auch ganz gut zu dem Set, tatsächlich. Die gute Quälende Aura. Wie gesagt, es ist so, man liebt und man hasst dieses Set. Aber nice, in der Box wieder eine Full Art. Die Kiste, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Und, rein, ins nächste Booster. Wie gesagt, so in jeder Box ein Hit wäre ganz geil, aber wie gesagt, wenn wir das Glurak jetzt, ich glaube nicht daran, dass wir das Glurak ziehen, bin ich einfach mal ganz ehrlich. Aber es wäre schon sehr, sehr geil. Und, oh, eine V, oh, das Ka-Octo. Sehr schön, jetzt haben wir sie beide gezogen. Das gute Ka-Octo. Man kennt es, ja. Man kennt es, Fesselgriff. Wie oft haben wir diese Karte gezogen? Wie oft haben wir diese Karte gesehen? Ich schwelge gerade in Erinnerung. Das ist gerade wie für mich so ein kleines Vintage-Opening der Neuzeit. Vintage-Opening der Neuzeit. Wie gesagt, ich versuche jetzt immer mal wieder ein paar Vintage-Openings dazu zu bringen, wie zum Beispiel letztens das Sturmtief-Opening. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall ab. Das erinnert mich an die Kindheit. Das erinnert mich an vor einem Jahr. Ach, so witzig. Ja, la, zick-zack, Zuro-Keks, ein Wuffels und ein Maromai ist am Start. Nächste Holo. Ich wette, mit dir hier ist auch nur noch die Full Art. Also hier war nur noch die Full Art drin und dann war es das. Was ich aber sagen muss, ich feiere die Pack-Artworks übel. Ich finde die Pack-Artworks echt schön und ich muss auch sagen, das Set-Logo ist echt nice. Genau, was ich auch noch sagen wollte, das Set an sich hat ja eigentlich auch eine relativ nette, nette Message, beziehungsweise was heißt nicht Message, Sinn. Wobei Sinn kann man auch eigentlich nicht so richtig sagen. Eine Story, Weg des Champs. Das ist ja quasi, man hat ja mehr oder weniger fast alle Arena-Leiter oder eigentlich alle Arena-Leiter in Produkten gepackt, wie jetzt zum Beispiel die Boxen. Man hat ja zu jedem eigentlich die Pins. Ich muss sagen, die Idee finde ich schön, aber sie haben es halt leider, leider nicht zu Ende gebracht, dass zum Beispiel dann noch Deleon als Champ hier im Set drin ist. Der hätte zum Beispiel in dem Set drin sein müssen und nicht in Farben-Schock. Sind wir einfach mal ganz ehrlich. Und auch einfach ein paar weitere schöne Karten. Vor allem, nee, warte mal, Reprint-Karten waren hier, glaube ich, waren hier Reprint-Karten? Nee, hier waren keine Reprint-Karten drin. Doch, ja gut, ein paar Reprint-Karten sind schon dabei. Aber zum Beispiel mal keine Ultra-Rares. Aber das hätte halt mit so ein paar Schmankerln noch ein bisschen besser gemacht werden können. So ein paar Karten, wie zum Beispiel jetzt die Alternativen, die wir ja haben. Und, yo, noch eine Full Art. Kamalm. Ja, nice. Gar nicht mal so schlecht, ey. Guck mal, jede Box hat eine Full Art gegönnt. Jede Box hat eine Full Art gegönnt. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Set hätte halt nochmal so ein paar schöne weitere Karten gebraucht. So, wie gesagt, die Alternativen sind irgendwie von jedem Arena-Leiter ein Pokémon mit dem Charakter drauf. Stellt euch mal vor, wie geil das Set geworden wäre einfach. Mit den Gluraks dazu. Dann hättest du nicht nur die Gluraks gehuntet. Aber ja, Leute, man kennt's, ne? Man kennt's. Man hätte so viel machen können. Aber, wie gesagt, wirklich, man liebt es. Man hasst es einfach, wenn man Barrikadaks zieht. So, wir haben noch zwei Artworks. Was ich, wie gesagt, immer gerne gezogen habe, war die Gardevoir VMAX. Die Gardevoir VMAX in Rainbow. Die waren ganz cool. Und ich würde sagen, das Gardevoir Pack lassen wir uns dann auch zum Schluss. Alter. Was ist das denn? Jetzt kriege ich das Wuster nicht auf. Perfekt. So. Zünden wir heute noch die Konfetti-Kanone oder nicht? Zünden wir heute noch die Konfetti-Kanone oder nicht? Ich würde die Karte unglaublich gerne ziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja auch das Glurak V-Shiny auch wunderschön. Das ist eine sauschöne Karte. Also da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Oh, noch eine Reverse-Energie. Und dann macho mal. Nice. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist halt schade, dass es wirklich nur die Karte war, die das Set so ausgemacht hat. Ich meine, okay, passt ja zumindest mal zu Deleon. Er hat ja einen Glurak. Aber ja. So, Leute. Last Pack Magic. Last Pack Magic. Und dann sind wir gleich durch. Wir sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Wir haben insgesamt 14 Booster. wir haben jetzt schon drei Full Hearts gezogen. Es ist actually gar nicht mal so schlecht. Aber das ist das, was das Set halt ausmacht. Die Erwartungshaltung, hoppala. Die Erwartungshaltung, Glurak zu ziehen, die macht es halt so ein bisschen aus. So, der Bulk muss jetzt einfach liegen bleiben. So, wir haben Gleppdiwuchs, Thermopod, Primova, Gleppdiwuchs. Oh, eine Feen-Energie in Dingens. Warum haben wir uns damals eigentlich nicht gefragt, warum die in dem Set den Reverse ist? Es gibt ja keine Feen-Pokémon mehr. Und ein Warumai, man kennt es. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da, wenn nicht konstitutive Kritik. Wir sehen uns in zwei Jahren, nee, in einem Jahr wieder zum zweijährigen Geburtstag von Wegnis Champs. Ich hoffe, ihr habt es gefühlt. Ja, reibt wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, Shop und Insta abchecken. Wir sehen uns, bis dann. Ciao. Ciao.